Musik Okay, ich hoffe, Sie haben soweit alle einen ganz netten Abend. Ich habe einen wunderbaren Abend, weil ich komme ja auch aus Deutschland. Da sind es momentan so 20 Grad und hier ist ein super Wetter. Ich liebe das. Ich bleibe hier. Eine Kleinigkeit für euch beide, ja? Ja, weil dadurch, dass wir das Dinner nicht im Headquarter gemacht haben, sondern in Athen, habe ich das Headquarter mitgebracht. Ja, und schaut es euch einfach mal an. Es geht um euch. Ja, heute ist so ein großartiger Moment. Warum? Ich stehe vor der World of Fame. World of Fame heißt, wir sind in unserem weltweit erfolgreichsten Führungsverschritt. Alles, was Platin-Organleiter-Titel hat oder auch gehört, wird bei uns im positiven Sinne des Wortes aufgehängt. Hier sind Sie. Also das ist die Elite, wenn ich das so sagen darf. Und wenn ich hier stehe, dann hat das einen Grund. Dann werden wir nämlich jetzt gleich ein neues Mitglied aufnehmen. Aufnehmen. Ich habe die große Ehre, das stellvertretend zu machen. Und warum? Weil das Platin-Dinner, so haben sich die beiden, die was entschieden möchten, sie gerne in ihrem wunderbaren Land haben. Das Land ist Griechenland. Und ja, und wie hängen die beiden jetzt auf? Und liebe Evangelier und lieber Statis, dass wir auf euch stolz sind. Das habe ich euch schon gesagt. Das kann man nicht oft genug sagen. Und eure Leistung ist bravourös, ganz, ganz voll herausragend. Und ich bin stolz, dass ihr dazu gehört. Und wir werden uns in wenigen Tagen ja nun auch in eurem wunderbaren Land treffen, um dieses Ereignis auch gebührt und zu feiern. Liebe Gemeinschaft, gratuliert den beiden bitte gerne und herzlich und reichlich. Sie haben sich das mehr als verdient. Also ein Trommelwirbel. Trommelwirbel. Danke, ganz sicher. Ich freue. Danke, ganz sicher. Danke, ganz sicher. Danke, ganz sicher. Ich habe noch mehr zu sagen. Wir sind wirklich stolz, was ihr so weit gemacht habt und was wir immer noch von euch erwarten können. Danke, danke, danke. Danke, ganz sicher. 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 Vielen Dank.